Was sind die denn da oben? Ah, scheiße, das ist ein... Ei, 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 ei... Ähm... Ah, bist du. Da bist du. Ja, komm her. Ah, nochmal eins. Gut gemacht, Wolf. Gut gemacht. Ich bräuchte eigentlich mal noch ein bisschen Munition für die Große hier. Sonst müsste ich sie mal... Ich muss sie mal gegen eine andere tauschen. Dum dum dum. Nein. 66, wir hatten doch... Das ist doch mal so was, was ich haben möchte. Du gehst mir schwer auf den Sack, du mir auch. Oh, heftig. Klang gerade gar nicht schwul. Oh, ah. Ah. Der nicht hier auch irgendwas getroppt? Naja. Alles. Nehmen wir mal alles mit. Wird doch nur schlecht, wenn wir das hier liegen lassen. Wird doch nur alles schlecht. Aber danke, dass ihr mir das Tor aufgemacht habt, Jungs. Finde ich echt nett. Jetzt bist du dran. Woher ist das, wenn wir das Tor aufgemacht haben? Wer sind denn das? Ach, dahintrüben sind sie. Da oben ist der nächste. komm kommst du runter na komm runter ja super danke dir du sollst mir keine granate werfen du deb da ist ja noch einer wo ist denn der da oben ist er so auf die entfernung ist die eine katastrophe das hat bestimmt wehgetan hat hat es hat es wehgetan komm her junge da oben komm runter komm runter ich warte hier unten auf dich und stein nehmen wir natürlich mit ach kümmert ihr euch mal um den der nervt mich na jawoll was gibt es hier noch drin ach da sind noch ein paar mehr geworden wo kam die denn her aua das hat wehgetan das hat richtig wehgetan heil mich heil mich scheiße da oben sind noch zwei da ist noch einer aber ich habe kein leben mehr scheiße 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 wo ist der ich brauche mal leben ich brauche mal leben was denn leben müssen es eben meine beiden kumpels machen was haben wir da ja wir sind hier klopft ihr auf die schulterfreund lustig mal auf dieser seite des gesetzes zu stehen sogar besser denn so kriegt man geld dafür leute abzuklauen die kerls können es kaum erwarten auf jeden zu ballern der sich blicken lässt auch gut die dichlinge für meine panzerung vergessen die was und die was die teile für die beine zu spät man aber da schießt sowieso keiner hin Au, na hoffentlich hast du recht, Freund. Dann wollen wir mal sehen. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Ja, ich weiß. Ich weiß es doch. Gut, dann machen wir noch hier auf. Auf 1, 2, 3. Gibt es hier noch irgendwas? Guck mal da rein. No. Da wollen wir auch nicht rein. Oh. Sieg die Torwachen. Hä? Ich bin doch genau da, wo ich die besiegen soll. Oder? Ich bin doch eigentlich genau da, wo ich hin muss. Da habe ich hier irgendwas übersehen. Sind doch alle tot hier. Ich habe sie doch alle besiegt. Hier ist doch keiner mehr. Hier ist doch keiner mehr. Oh, ich bin doch. Der Kammerjäger hat coole Moves drauf. Stemmt die Eingangstür auf und killt die Jungs. Was? Da oben ist er. Hallo. Na mach mal. Ich kann leider nicht viel, Junge. Es tut mir leid. Wow. Oh, der Arme. Oh, der Arme hat da Schmerzen gehabt. Was ist das denn? Ach so, ist voll. Gut, weiter geht's. Ich vergesse immer, dass ich nicht so hoch springen kann. Beziehungsweise, dass ich hier nicht allzu... ...doll auf Sprungbutton drücken sollte, weil ich immer dann erstmal 20 Meter abhebe. Unten waren da auch noch welche, genau. Ich finde das geil, wenn die Kisten aufmacht, wie dann das ganze Zeug da rums geflogen kommt. Übrigens tut mir leid, wenn ich vielleicht nicht ganz so viel kommentiere, aber es ist mittlerweile schon kurz vor 7 Uhr morgens. Da ist man nicht so laberbereit, würde ich jetzt mal sagen, behaupten. Na, was haben wir hier? Ähm... B-b-b-b-b-b-b-b... Ah... Die hat natürlich mehr Durchschlagskraft. Ach so. Die hat mehr Schaden, aber mehr Genauigkeit. Was ist mit der? Ähm, 12 mal 6. Boah, ich würde die gerne alle mitnehmen. Guck mal, ob man ein bisschen nach dem Wiederverkaufs wirkt. Ich bin immer so unschlüssig, was so vieles angeht. Ich bin immer so unschlüssig. Ich bin immer so unschlüssig. Ne, wir mussten ja doch da lang. Oder doch nicht. Ne, außen lang. Vorsicht, keine Atmosphäre. Ja, ich weiß. Müssen wir denn lang? Und da rein? Ne, da waren wir ja schon. Eintritt in Atmosphäre. Da waren wir ja schon drin. Was? Schatz mal müssen. Oder müssen wir da hoch? Na? Ja. Ah. Ernsthaft. Gut, können wir mal ein bisschen Sauerstoff holen. Wie müssen wir denn... Hm, da runter müssen wir irgendwo hin. Ne, da hoch. Irgendwie da hochkommt. Ach, die friert das alles ein. Das ist ja geil. Ja. Ich wollte eigentlich da hoch. Super, jetzt ist mir schon fast wieder... Ja. Gut, jetzt... Hm, das werde ich nicht schaffen. Oder, 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 oder. Jawollah. Bumm, 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 bumm. Hä? Wir sind aber noch höher. Hm. Keine Ahnung. Aber davon richtig viel. Wie muss ich denn da hin? Ah, okay. Gerade zu. Und dann da irgendwo rein. Da rein. Oh, da war doch kein Gang. Ach, da oben lang. Hm, super, danke. Hä? Was ist das denn? Ist ja cool. Das muss man da mal jemand sagen, dass es hier oben lang geht. Red und Belly saßen auf dem Baum. K, Ö, S, S, W, bumm, 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 bumm. Ja. Das ist total falsch. Was machst du denn, Belly? Nichts. Nichts. Ich singe. Was ist das denn? Junior-Schild. Ja, gut, das können wir uns sparen. Ah, okay. Ja, manchmal ist man auch echt zu dumm zum, äh, scheißen. Oh, 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 ne große Kiste. Hm. Kann ich hier nicht ein bisschen mal was verkaufen? Was sind denn hier so viele Schilder? Aber ich will den trotzdem noch mitnehmen. Ach man, das nervt mich gerade ein bisschen. So was. Zum, da, 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 da. Zum, da, da, da. Okay. Oh, 31 Dollar. Ich glaube es nicht. 31 Dollar. Und nochmal 13 Dollar. Ich bin ein reicher Mann. Liegen einfach so Waffen auf dem Boden rum. Jetzt müssen wir... ...da hoch. Geht's noch, Jungs? Die hat ja gar keine Power, die Waffe. Da oben ist er. Na, komm her. Hat er noch einen kleinen Looping gemacht. Zeig mal, was du kannst. Danke, Jungs. Oh, da kommen noch mehr. Was hat er denn? Ach, da ist er. Komm her. Ich weiß nicht, wo du schießt. Ich frage mich gerade, wo du hinschießt. Ich frage mich gerade, wo er hingeschossen hat. Gerade da drin war da noch ein bisschen was an Muni, oder? Ah, okay. Wir behalten mal die. War hier nicht noch Muni? Ohne Ende. Braucht Muni. Kann mich da so nirgendwo so blicken lassen. Ei, 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 ei. 21 mal 5. Wow. Nice. Schöne Streuung. Find du die Signale Quelle. Du hast entdeckt. Was in der? Wo sind die denn? Oh, die sind über mir. Ach man, lass mir doch mal was übrig. Wow. Ja, die machen dich sowas von tot. Nein, sie waren badass. Nein, war sie nicht? Doch, war sie. Oh, wenn das so ist, dann sag ich auch. Nein. Da kann man ja dann herzlich weiter, Rat. Rechtzeitig zum Tee. Was? Tot, ich sagte tot. Alter. Wow, wow. Au, 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 das überlebe ich nicht. Tot. Äh. Komm her, Junge. Versteck dich doch mal nicht. Ach, super. Oh, ich sehe schon wieder, dass die Zeit schon wieder abgelaufen ist. Gut, aber wir machen mal wieder eine kurze Pause. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Fall wieder. Wenn es heißt, let's play Borderlands mit mir, dem Sascha. Dankeschön, ciao. Bis zum nächsten Mal.